Hallo, ich bin Marco Basic, mein Hopper stönt zusammen. Okay, in den letzten Wochen habe ich mein Zeit hier, in Balgrist. Ich versuche, dass ich wieder in der Lage bin, so schnell wie möglich. Ich habe eine gute Nachfrage für euch. Ich habe gerade meinen Kontrakt für noch zwei Jahre, bis zum Sommer 2020. Hey Mann, ich bin stolz, dass ich ein Hopper für lange Zeit bin. Ich möchte euch alle an den Sonntag haben. Wir haben ein Portal gegen Sion, so bitte kommen alle zusammen. Wenn ihr ein Season Card oder ein Ticket habt, einfach bring euch ein Freund für frei. Und jeder von uns ist wichtig, so Hopketse! dass ich mich will! Und wahrscheinlich auch noch einen Tag! Ich komme schon an das Schöne, meiner kleinen Karten. Ich bin natürlich nicht möglich,